Kalanta Wollny hat ihr Dach über dem Kopf verloren und lebt derzeit mit ihrem Freund auf der Straße. Ihre Eltern und Geschwister schauen zu, jetzt sollen die Fans helfen. Vor wenigen Tagen hatte die 24-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal ein Update zu ihrer derzeitigen Lebenssituation gegeben. Und die sieht in der Tat alles andere als rosig aus. Die Mutter der kleinen Katalea ist obdachlos. Das Tragische, obwohl der TV-Klan aus Nordrhein-Westfalen inzwischen über zwei Wohnsitze mit reichlich Platz verfügt, ist das Tischtuch zwischen Kalanta und dem Rest ihrer Familie so zerschnitten, dass sie laut eigener Aussage keine Hilfe zu erwarten hat. Um ihre Not zu verdeutlichen, teilte Kalanta jetzt erneut einige Fotos in ihrer Instagram-Story. Aktuelle Lage, schrieb sie zu den Bildern, auf denen Taschen und Tüten auf einer Parkbank zu sehen sind. Zusätzlich teilte die junge Mutter ein Selfie, auf dem sie traurig schaut. Anschließend folgte dann der Hinweis an ihre Community, für jeden, der etwas spenden mag, dass ich heute Nacht ein Hotel buchen kann. Punkt gesundheitliche Probleme von Kalanta wollen ihr erschweren die Jobsuche, weiter betonte sie, ich bin wirklich dankbar für jeden Cent. Die Summe, die sie benötigt, bezifferte die 24-Jährige auf 50 Euro. Mir fehlen noch 30 Euro, ließ sie ihre Follower wissen. Nach einer langfristigen Lösung klingt das alles nicht. Im Rahmen einer Fragerunde hatte sie kürzlich mitgeteilt, sich einen Job suchen zu wollen. Einige Bewerbungen habe sie bereits verschickt. Doch gesundheitliche Probleme würden es ihr schwer machen, einer geregelten Arbeit nachzugehen. Warum ihr Partner, der gleichzeitig auch der Vater von Katalea ist, keinen Beitrag leisten kann, um der Obdachlosigkeit zu entkommen, beantwortete die TV-Bekanntheit, die Wollnis, bisher nie. Sie wolle über ihn keine Informationen preisgeben, da er keine Person des öffentlichen Lebens sei. Ihre Tochter ist von der Notlage glücklicherweise nicht betroffen, denn Püppi, wie die 5-Jährige innerhalb des Wollni-Kosmos liebevoll genannt wird, lebt bei Oma Silvia Wollni in der Türkei. Die 59-Jährige hat seit rund drei Jahren das Sorgerecht.